moin und zu einem ersten neuen video ist ja auch egal heute zeige ich euch wie man via obs virtuell cam das ganze was man in obs hat auch anzeigen kann auf orme dazu gibt es natürlich kleine tricks der erste punkt den du machen müsst ist kommt auf den discord unter downloads ist eine datei die leitet ihr euch runter als eine datei dazu braucht ihr halt winrar so sobald ihr diese dann geöffnet habt seht ihr zwei dateien drin die führte ganz normal aus da ist kein problem dran das ist kein virus das ändert nur einstellungen in obs höhere cam also da passiert gar nichts also keine sorge ich werde euch schon nicht mit viren voll ballern genau aber während ihr das macht müsst ihr obs und dem browser zu haben in meinem fall ich nehme google chrome im es in euren gewissenen browser denn einfach zu haben obs und das muss zu sein werden diese zwei dateien ausgeführt werden so natürlich weil ich jetzt halt mit obs aufnehmen ist es halt ein bisschen schwieriger aber genau wir sind jetzt erstmal bei google chrome das ganze das wenn wir auf kamera gehen das einstellen habt ihr die neue cam hd webcam c252 das ist unsere fake virtuelle kamera und das problem was in den anderen videos immer gab ihr müsst eure kamera deaktivieren beziehungsweise raus stecken einfach einfach raus ziehen aus dem pc dass sie gar nicht erkannt wird danach könnt ihr sie wieder benutzen aber nicht jetzt so hier dürften nur die steht weiß ich ziehe meine cam raus und voila ist nur diese drin es darf nur wirklich diese drin sein keiner andere keine game capture nichts nur das so genau wenn ihr denn obs gestartet habt sieht der normalfall denn so aus die denn eure eigenen einzelnen teile halt hinzufügen wenn man jetzt einfach eine neue zähne füge jetzt einfach mal aus testzwecken ein bild hinzu so wir nehmen einfach das bild hier keine ahnung warum ich das aber ich weiß warum ich das habe ich hätte das cool genau das problem ist bei oma oma hat der so eine etwas wie leicht dem bild diese größe und das können wir auch hier sehen da sieht man schon virtuelle kamera ist schon drin so man sieht auch das zurechteckig und nicht 1029 bei 1080 so ja genau wenn ihr eure kamera draußen habt ihr müsst wirklich darauf achten alles muss draußen sein außer ihr mikro oder kopfhörer nur das muss jetzt kamera game capture ne sowas und also wirklich am stellsten ist einfach ausziehen das ist das einfachste was es gibt genau da werdet ihr wieder gefragt jo zulassen bla 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 ob ihr die kamera verwenden dürft da könnt ihr einmal probieren wenn ihr das bild sieht dann ist perfekt dann startet ihr die virtuelle kamera das war jetzt die falsche virtuelle kamera i'm sorry startet ihr die virtuelle kamera und voila ihr seht das natürlich ist das jetzt die falsche rumspiegel verkehrt weil immer spiegelt es halt ich weiß nicht warum aber ist halt so aber das würden jetzt die anderen halt richtig sehen so ja somit habt ihr das und könnt auf einmal gehen ihr könntet jetzt rein theoretisch halt wieder videoaufnahme eure kamera hinzufügen natürlich ist ja jetzt nur die hier da aber jetzt dürft ihr wieder eure cam reinstecken sobald ihr aber die seite neu lädt und die cam noch drin ist kann es nicht mehr funktionieren heißt ihr müsst wirklich wenn ihr das alles habt das am besten vorher einstellen und ja es ist halt scheiße aber das soll man ja auch nicht machen aber gut das war es dann erstmal und ja wenn sie vielleicht mal ein video zu sehen wollt wie man sich wenn ihr seine discord leute dann auf omme reden lässt als beispiel dann schreibt sie in die kommentare oder auf dem discord und wir sehen uns tschüssi